Mineralpuder, was ist das und wie wendet man es richtig an? Herzlich willkommen, ich bin Nadia Pythorn, Kosmetik-Expertin im Bereich Inhaltsstoffe. Auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema echte Naturkosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. Wenn dir diese Themen gefallen, abonniere meinen Kanal und klick die Glocke, dass du kein Video verpasst. Mineralpuder, was ist das und wie wird das richtig angewendet? Reines Mineralpuder ist feinstes Gestein, was ganz, ganz fein gemahlen ist. Also wichtig, Mineralpuder ist auch wieder kein geschützter Begriff. Also es kann auch sein, dass es sich nicht um reines Mineralpuder handelt, dass es zum Beispiel mit Erdöl gestreckt wird und so weiter. Und wie man weiss, sind herkömmliche Puder und herkömmliche Make-up sehr, sehr schädlich für unsere Haut. Die Haut kann irritiert werden durch synthetische Duftstoffe, synthetische Konservierungsmittel, Erdöle, Silikone, die die Haut auch zumachen. Die Haut kann nicht mehr atmen. Also da hat es ganz, ganz viele Stoffe drin, die wirklich nicht förderlich sind für unsere Haut und die natürlich auch verhindert, dass unsere Haut strahlen kann. Genau. Also und heute geht es einfach mal darum, wie kann man Mineralpuder richtig anwenden, wie schnell das auch geht und dass es natürlich auch sehr, sehr positiv ist für unsere Haut. Genau. Also ich habe jetzt hier, dass die Nummer 21, die ich heute anwende, von Cayenne Minerals. Das ist ein wirklich hundertprozentiges Mineralpuder. Das besteht aus Mika, Titaniumdioxid, ganz, ganz wichtig, Titaniumdioxid non-nano. Also das darf keine Nanopartikel enthalten. Nanopartikel sind ganz winzig kleine Substanzen, die sich im Körper anreichen können. Und wenn wir sie einatmen, können sie auch unsere Lunge schädigen, heißt es. Genau. Also das hat nur drei Innerstoffe, also das ist wirklich, ich zeige es mal kurz. Am besten wendet man es so, dass man es leicht schüttelt, wenn es zu ist natürlich. Und dann kann man das so, am besten im Deckel, man sieht es hier leicht, das ist wirklich Gestein, das ganz, ganz fein gemahlen ist. Genau. Und das ist ein Concealer, das ist auch ein hundertprozentig natürlicher Concealer mit Scherbutter Mandelöl, Feuchtigkeit spendend und auch schonend. Ich tue jetzt mal, heute ist jetzt nicht so schlimm, aber ich zeige es jetzt trotzdem. Mit dem Auge, ich tue jetzt zuerst hier die Augenringe hier ein bisschen kaschieren und hier auch die kleinen Rötungen kann man damit gut. Das ist ein cremiger Concealer, hundertprozentig natürlich auch sehr pflegend und gut abdeckend. Genau hier, das ist ein mit der Mutter mal. Kann man auch ein bisschen hier die kleinen Unreinheiten gut abdecken. Man sieht, es geht super schnell. Ist auch gerade keine Luftstoffe drin und ist wirklich sehr, sehr hautverträglich. So, ich glaube das reicht. Ist jetzt einfach mal so ein Alltags-Make-up und dann, ich zeige es nochmals, dann kann man hier das, ich mache es jetzt nochmals ein bisschen mehr, schön schütteln. Dann habe ich es hier im Denkel drin. Dann mit einem Kapuki-Pinsel, sagt man dem, es ist ein runder Pinsel, da so reingehen und dann einfach mit kreisenden Bewegungen auftragen. Und man, also ich habe einfach das Gefühl, dass das spürt man gar nicht, dass das Puder. Es ist so angenehm auf der Haut. Man fühlt sich nicht maskiert. Es betont auch keine Fältchen. Ich habe jetzt nicht so viele Falten, aber hier ein bisschen die Nase-Nabial-Falte. Alle werden sagen, ähm, genau. So, dann einfach hier so. Schön. Der Hals, der Übergang hier. Genau. So, man sieht, man hat wirklich, man braucht auch ganz, ganz wenig. So. Man kann auch hier mit dem Puder auch sehr, sehr gut so Nude-Looks machen. Also so No-Make-Up-Looks und einfach, dass man einfach frisch aussieht. Man kann auch ein bisschen mehr nehmen. Das kann man sehr, sehr gut auch dosieren. Genau. das ist super ich bin einfach ich finde es einfach das beste make up genau so das war es eigentlich schon gut vielen dank fürs zuhören dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen tag und ich hoffe das video hat euch gefallen bitte ein daumen auf open und dann bis zum nächsten mal